In der heutigen Welt legen immer mehr Menschen Wert auf ein strahlendes Latschellen. Ein strahlendes Latschellen kann das Selbstbewusstsein steigern und einen positiven Eindruck hinterlassen. Professionelle Zahnaufhellungstechniken werden daher immer beliebter, um ein strahlendes Latschellen zu erreichen. In diesem Video werden wir die verschiedenen sicheren und effektiven Techniken der professionellen Zahnaufhellung beleuchten. Zahnaufhellung durch Bleaching ist eine der beliebtesten Methoden zur Aufhellung der Z-Arnie. Beim Bleaching werden spezielle Bleichmittel auf die Z-Arnie aufgetragen, um Wehrfarbungen zu entfernen und ein strahlendes Latschellen zu erzielen. Es gibt zwei Arten von Bleaching, das Innerfis Bleaching, das in der Zahnarztpraxis durch Gefahr ein Viertel HRT wird, und das Home Bleaching, das der Patient zu Hause durchfährt ein Viertel HRT. Das Innerfis Bleaching ist eine schnelle und effektive Methode zur Aufhellung der Z-Arnie. Ein Zahnarzt oder ein geschulter Fachmann trage Tee das Bleichmittel auf die Z-Arnie auf und verwendet maglicherweise auch eine spezielle Lampe oder Laser, um den Prozess zu beschleunigen. Diese Methode kann in nur einer Sitzung Ergebnisse erzielen, die bis zu acht Schattierungen heller sind. Das Home Bleaching ist eine kostengeein viertländige Alternative zum Innerfis Bleaching. Der Zahnarzt stellt dem Patienten individuell angefertigte Bleischienen und Bleichmittel zur Werfereinviertelgung, die der Patient zu Hause anwendet. Der Patient trage Tee das Bleichmittel F A1 Viertel R eine bestimmte Zeit auf die Z-Arnie auf, normalerweise A1 Viertel BER Nacht, und wiederholt den Vorgang A1 Viertel BER einen Zeitraum von einigen Wochen. Diese Methode kann ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, benattigt jedoch mehr Zeit als das Innerfis Bleaching. Eine weitere sichere und effektive Methode der professionellen Zahnaufhellung ist das Power Bleaching. Beim Power Bleaching wird ein starkeres Bleichmittel verwendet, das unter Verwendung von speziellen Lichtern oder Lasern aktiviert wird. Diese Methode kann in der Regel in nur einer Sitzung dramatische Ergebnisse erzielen und ist daher ideal F A1 Viertel R-Personen, die sofortige Ergebnisse war ein Viertelnschen. Neben dem Bleaching gibt es auch andere professionelle Techniken, um die Z-Arnie aufzuhellen. Eine davon ist das R-Flow-Polieren, bei dem eine Mischung aus Luft, Wasser und feinem Pulver verwendet wird, um Werffarbungen von den Z-Arninen zu entfernen. Diese Methode ist schonend und schmerzfrei und kann auch bei empfindlichen Z-Arninen angewendet werden. Ein weiteres Verfahren zur Zahnaufhellung ist das Mikroabrasion, bei dem eine feine S-Aure auf die Z-Arnie aufgetragen wird, um oberflaschliche Werffarbungen zu entfernen. Dieses Verfahren kann besonders effektiv bei Flecken durch Fluorose oder Antibiotika sein. Es ist wichtig zu beachten, dass professionelle Zahnaufhellungstechniken sicher und effektiv sind, wenn Sie von einem geschulten Fachmann durch Gefahr ein Viertel HRT werden. Es ist ratsam, vor der Durchfahreinviertlerung einer Zahnaufhellungsbehandlung einen Zahnarzt zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Behandlung F1 Viertel eher Sie geeignet ist und keine zugrunde liegenden Probleme vorliegen. Insgesamt bietet die professionelle Zahnaufhellung eine Vielzahl von sicheren und effektiven Techniken, um ein strahlendes Latschellen zu erreichen. Wallen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Beda 1 Viertel öffnissen und Ihrem Bütschi passt und genialen Sie ein strahlendes Latschellen, das Ihr Selbstbewusstsein steigern und einen positiven Eindruck hinterlassen wird.